Einen wunderschönen guten Morgen Trader zum Montag früh gleich rein in den DAX ins WTI und das Währungspaar britischer Fund japanischer Yen. Das die Handelsideen für den Montag hatte ich gestern schon im Research am Sonntag zur Verfügung gestellt. Vielleicht hat der ein oder andere hier an dieser Stelle auch schon mal reingeschaut. Allen Live-Zuschauer an meiner Stelle erst einmal auch hier einen guten Morgen und wie immer die Bitte, wenn einer eine Frage hat, bitte rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook und damit kann es dann direkt auch losgehen. Zum Punkt Stream auf GoToWebinar, da hatten wir am Freitag die Herausforderung, dass der Stream einfach abgebrochen ist. Ich hoffe, das hält heute. Anfrage am Support ist da. Ich habe leider noch keine Anfrage zurückbekommen, an was es liegen kann. Ich hoffe, alles ist heute soweit in Ordnung und man kann mich gut verstehen. So, ich mache mal noch die Fragen auf, dass ich die auch hier im GoToWebinar direkt mit sehe. Und damit gehen wir rein in die Handelsvorbereitung. Wir starten wie immer natürlich mit dem Risikohinweis. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir direkt rein in die Tagesnachrichten. Reinhalt, danke für die Info, dass der Ton okay ist. Los geht es hier heute um 9.30 Uhr mit dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistung. Das Ganze hier, wie schon gesagt, 9.30 Uhr. Um 10 Uhr gibt es das Ganze dann sozusagen aus der EU. Das heißt für das verarbeitende Gewerbe, den Gesamtindex und für die Dienstleistung. In Großbritannien gibt es dann die CBI, die industrielle Trendumfrage. Also auch das ein wichtiger Industrieindikator, wie es der Wirtschaft in Großbritannien entsprechend geht. Und aus den USA dann um 15.45 Uhr auch Einkaufsmanagerindex hier für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistung und der Gesamtindex. Das mal ein paar wichtige Nachrichten für den heutigen Montag. Das haben wir jetzt auf der Uhr. Bitte wichtig auch bei anderen Währungspaaren natürlich immer auch schauen, was hier an dieser Stelle mitkommen. Und damit schauen wir gleich mal rüber in den Metatrader mit Stereotrader oben auf. Und wir starten bei den Währungen an dieser Stelle. Der vertrete heute das britische Fund, japanische Yen, mit einer sehr, sehr schönen Umkehrkerze am Freitag. Wir sehen es hier übergeordnet. Das große Bild hier weiterhin langfristig abwärts gerichtet. Aber innerhalb der letzten, naja, sag ich mal anderthalb, knapp zwei Monate, ging es doch deutlich nach oben. Interessant ist hier zu sehen, wo der Markt zum Stehen gekommen ist. Nämlich genau hier in diesem Widerstandslevel. Das hat der Markt hier drüben oft als Beachtungslevel gehabt. Und jetzt stehen wir wieder drinnen. Und hier sieht es jetzt tatsächlich so aus, als wenn diese Umkehr bestätigt wird an dieser Stelle. Heißt also, dass wir erst einmal ein Stück weit tiefer laufen. Ob wir dann natürlich wieder direkt runterlaufen bis zum alten Tief hier um die Marke von 126,6, das bleibt mal noch abzuwarten. Aber wir sehen es auch mit Blick auf diesen grün markierten Aufwärtstrand, der halt oben im Widerstand mit seiner sehr, sehr starken Bewegung zum Stehen gekommen ist. Der Markt geht jetzt in die Korrektur über. Und wie schon gesagt, wenn das Thema hier unten gebrochen wird, dann haben wir den Weg nach unten offen. Wir sehen es hier an diesem ersten Punkt. Da war der Abwärtstrend in der Stunde gebrochen. Den mache ich auch an dieser Stelle gleich einmal auf. Weil wir sehen diese schöne Aufwärtsbewegung in hervorragender Manier auch im Stundentrend am Laufen. Hier sehen wir es sehr, sehr schön nach oben. Und hier war das letzte Korrektur-Tief. Das haben wir jetzt rausgenommen. Und wenn der Markt hier an dieser Stelle einen Abwärtstrend bildet, dann kann es relativ zügig auch nach unten gehen. Nächstes Level zum Anlaufen haben wir schon hier, wo möglicherweise Bewegung in den Markt reinkommen könnte. Vielleicht wären wir hier gleich live auch Zeuge des Ganzen. Weitere Punkte hier. Level, die wir im Stundenschart sehen. Selbsttretend hier diese Phase hier unten um die 132.1. Und dann haben wir hier unten schon das Support-Level. Da schalte ich jetzt einmal wieder in den Tages-Chart hinein. Und da sehen wir hier, das wäre der Zwischenbruch. Und hier das Support-Level, was ich gerade gesagt habe, bei 132.1. Und dann haben wir hier unten um die Marke von 136, haben wir noch ein Level liegen, was als Support dienen kann. Heißt also, hier ist der Trend ja auch entstanden. Und hier sehen wir auch, da ist der Trend nach oben gelaufen. Dann gab es in der Stunde die Korrektur, bevor der Markt wieder schön nach oben auch angesetzt hat. Das ist halt auch ein Level, wo durchaus etwas rangehen kann. Wie schon gesagt, jetzt wird das Signal auch gerade bestätigt. Da schauen wir mal, wie viel Kraft der Markt jetzt hier zur Unterseite hat und wie weit er uns tragen wird. Auf alle Fälle, wie ich finde, schönes Potenzial hier für die Unterseite. Wenn die Korrektur hier erst einmal einsetzt, die große Korrektur dieser weiten Bewegung, dann haben wir doch einiges, was wir nach unten entsprechend auch mitnehmen können. Auch mit guten CRVs im kurzfristigen wie auch im mittelfristigen Swing Trading. Damit gehen wir rüber in die Währung, beziehungsweise nein, wir gehen rüber auf den DAX und das WTI. Wir gehen weg von den Währungen. Starten wir mal mit dem WTI. Interessant zu sehen. Wir haben es ja letzte Woche erlebt, was hier los gewesen ist. Der Markt ist deutlich hoch gespiked nach der Nachrichtenlage über Saudi-Arabien. Danach gab es komplett den Einbruch wieder runter. Also alles wieder abverkauft. Das Gap ist übrigens noch nicht geschlossen. Das ist etwas, das kann man durchaus als Trading-Szenario auch noch mitnehmen. Einen Gap-Close. Das wäre dann hier in diesem Sinne eine tiefe Korrektur innerhalb dieses laufenden Aufwärtstrends, den ich hier an dieser Stelle auch eingezeichnet habe. Momentan allerdings ist es noch nicht so weit. Wir laufen momentan hier, wir sehen es mehr oder weniger in einer Side-Rats-Range. Oben über den Daumen der Deckel drauf bei 59,40. Unten bei 57,90. Das Ganze im US-Dollar-Bereich versteht sich. Also alles dreht sich momentan hier in diesem Unterstützungsband. Also der Markt läuft mal drunter, mal drüber. Wir sehen es ja hier, das ist ein Hin- und Hergelaufen. Für den kurzfristigen Trader ist es natürlich immer interessant. Hier innerhalb dieser Range auch zu traden. Also wer hier zwischen dieser Spanne auch Geld verdienen möchte und das auch kann. Immer wieder interessant zu traden. Von der Oberseite nach unten, von der Unterseite nach oben hin. Das funktioniert relativ gut. Wir sehen es ja hier an diesen letzten Tagen. Wichtig ist allerdings, was kommt denn nach der Auflösung dieser Range. Weil wir sind ja hier verortet im Aufwärtstrend. Und wir könnten jetzt hier zwei Dinge sehen. Zum einen eine Korrektur über die Zeit, dass der einfach ein bisschen hier in diesem Bereich hin und her pendelt. Dann wäre das Szenario folgendes, dass wir wirklich oben drüber rauslaufen. Und dann wären in diesem Sinne auch Long Trades wieder interessant, wenn wir oben drüber laufen. Dann nehme ich, wenn es zur Trendfortsetzung dieses Trends hier kommt und wir wieder in Richtung höherer Kurse laufen. Erste Marke wäre dann, oder optimale Marke, wenn sich dieser Trend hier fortsetzt, wäre natürlich oben das Hoch um die 63,36. Auf der Unterseite, wie schon gesagt, oder beziehungsweise auf dem Weg nach oben gibt es hier die Zwischenregion bei 60,68. Das sehen wir schön im Stundentrend, wo die herkommt. Ich schalte deswegen mal ganz kurz in den Stundentrend mit rein. Hier, wenn wir uns mal diese abwärtstrendige Phase anschauen, wo der Markt wirklich schön nach unten gelaufen ist und dann in diese Seitwärtsphase übergegangen ist, da hatten wir hier halt ein Korrekturhoch gehabt. Und das ist häufig auch mal ein Anlaufpunkt, wo durchaus Marktbeachtung da ist, gerade in den kleineren Zeiteinheiten. Weil am Tag sieht man ja nichts. Es ging ja einfach nur nach unten und fertig war gewesen. Also an dieser Stelle ist das auch eine Marke, wenn der Markt tatsächlich die Kraft findet, oben rauszulaufen und dynamisch auch wieder an die oberen Kurse mit reinzulaufen. Das ist die Long-Seite. Die Short-Seite können wir hier natürlich auch mit in Betracht ziehen. Nämlich dann, wenn sich hier diese Seitwärtsphase nach unten hin auflöst. Dann haben wir auch was Trendiges auf Tagesbasis, was wir nach unten laufen haben. Dann nämlich, wenn wir hier unten unter diese Tiefs drunter laufen, unter die 57,90, bildet sich hier unten rein ein Abwärtstrend. Und der hat dann zunächst auch erst einmal das Potenzial, unten reinzulaufen. Das heißt, hier an dieser Stelle Richtung Gap Close reinzugehen, je nachdem wie tief der ganze Schub dann läuft. Oder aber sogar hier unten in das Level des aktuellen Korrektur-Tiefs um die Marke von 54 US-Dollar. Also das ist die Seite nach unten hin. Und hier müssen wir jetzt einfach ein bisschen geduldig warten, ob der Bruch durch die Oberseite oder die Unterseite kommt. Und dann an diesen Stellen die eigenen Setups mit traden. Das heißt, das kann man ja auch schon sehr, sehr schön vorbereiten, wenn man einfach weiß, kommt hier oben Stärke rein. Dann bereite ich mich genau vor, wie sieht denn mein Setup aus für die Long-Seite? Wo lege ich meine Risikoabsicherung hin? Wie hoch kann ich die Position traden? Wie verarbeite ich das Stop-Management im Nachzug? Und nach unten hin, genau das gleiche, bricht es nach unten raus. Welches Szenario ist da? Wo kann ich meine Stops hinlegen? Wo lege ich Gewinnmitnahmen hin? All diese Dinge können wir ja jetzt schon sehr, sehr schön planen. Das ist dann sozusagen der zweite Gang, wenn wir die Analysen besprochen haben, dass jeder dann selbst auch seine eigenen Setups an dieser Stelle für die Tagesvorbereitung erstellen sollte. Das ist also das, was uns hier an diesem Punkt das WTI mit zeigt. Und damit gehen wir in unseren deutschen DAX hinein. Also der Leitindex hier im Blick für heute. Und hier sehen wir, was letzte Woche Freitag passiert ist. Ich hatte es ja gesagt, da war der große Verfall, der dritte Hexensabbat in diesem Jahr. Und wir sehen hier, es ist nichts Schlimmes passiert. Wir haben zwar eine Umkehrkerze gesehen hier oben drinnen. Und da muss man an dieser Stelle auch immer sagen, an diesen sogenannten Hexensabbat oder den großen Verfallstagen gibt es oft Szenarien, wo man vor größeren Wechseln steht. Das heißt, dass ein größerer Verkauf hier beispielsweise einsetzt und es die Märkte nach unten dreht. Eine Umkehrkerze haben wir da. Das ist ganz klar. Aber wenn wir uns einfach mal die Verortung anschauen, dann steht diese Umkehrkerze ja jetzt nicht irgendwie am Ende einer weiten Bewegung, sondern wir sind ja hier schon mal in die Korrektur reingegangen. Und hier oben um die 12.490 ist die Luft einfach dünne geworden. Und hier kommt es jetzt darauf an, wie der Markt weiterläuft. Zwei Dinge können wir hier beachten oder eigentlich sind es drei, aber das Hauptthema, worauf ich hinaus will, ist hier an dieser Stelle auch ein. Erstens einmal wieder für das kurzfristige Trading hier das sogenannte Range Trading. Wir haben jetzt hier eine Range, die wir oben begrenzt haben bei ungefähr 12.490 Zählern und unten bei ungefähr 12.310. Also wer das Ganze mal grob über den Daumen packen will, oben 12.5, unten 12.3. Das sind die Marker, die wir hier an dieser Stelle liegen haben und da wird sich der Markt in einer gewissen Weise entscheiden, was er macht. Bleibt der erste Mal eine Weile noch in der Range, dann ist es natürlich immer wieder interessant zu sehen, wie sich der Markt an diesen oberen oder unteren Range Seiten verhält. Hier oben haben wir am Freitag Schwäche reinbekommen. Bekommen wir jetzt wieder Schwäche rein, wäre es Intraday halt eine gute Idee von oben nach unten zu traden. Geht es drüber, dann haben wir das Ausbruchsszenario. Das ist dann natürlich etwas, wo wir uns nach oben fokussieren können. Das heißt, das wäre dann klassisch ein Trendfortsetzungsszenario, wo wir uns dann auf der Oberseite, erst einmal hier oben, ich mache mal kurz die runden Marken raus, damit wir hier die Zahlen auch sehen können, die wir haben wollen. Also oben, wenn wir tatsächlich über die Range-Kante oben rauslaufen, 12.6 wäre der nächste Anlaufpunkt. Das ist dieses Korrekturhoch hier, beziehungsweise dann schon das Richtung Jahreshoch zu sehen bei 12.659. Das wären mal Marker, die wir direkt über die Oberseite haben, wenn wir oben rausschieben. Prallt der Markt, wie schon gesagt, ab? Thema Innenrange-Trading. Dann hier erst einmal von oben zur Mitte das Ganze zu sehen. Wenn wir dann unten angekommen sind, dann wird es natürlich interessant, ob wir Stärke finden. Dann können wir innerhalb der Range wieder nach oben traden. Oder ob der Markt nach unten bricht. Und wenn der Markt nach unten bricht, dann ist es natürlich wieder interessant, die Unterseite zu betrachten. Und da sehen wir halt viel, viel, viel Platz nach unten. Wir sehen hier im Tageschat das nächste Support-Level erst bei 11.860 Zählern. Das ist hier unten die Ecke, wo der Aufwärtstrend entstanden ist, beziehungsweise hier auch dieser Abwärtstrend gebrochen worden ist nach dieser SKS, die übrigens wirklich komplett aufgelaufen ist. Also schön das Potenzial auch rausgenommen hat. Und das ist etwas, das sehen wir hier sehr, sehr schön und sehr, sehr gut, dass das funktioniert. Und das ist, wie schon gesagt, hier ein Support-Bereich. Aber er ist weit, weit weg. Diese Dynamik kam sehr, sehr schön nach oben raus. Die geübten Leser werden es schon sehen. Hier oben drinnen, hier hat der Markt mal inne gehalten, korrektiert, korrigiert und ist dann nach oben reingelaufen. Das heißt, dieser Bereich hier ist auf alle Fälle mal möglicherweise auch ein Anlaufbereich. Also die knapp 12.000 Punkte Marke haben wir da. Und dann hier unten drunter auch dieser Bereich, wo wir hier mal unten herangelaufen sind. Aber auf dem Weg nach dort unten gibt es ja noch einiges zu holen. Und das schauen wir uns jetzt mal eben im Stundenchart an. Übrigens, apropos Stundenchart, ich muss mal ganz kurz was machen. Hier auch, es gibt ja Trader, die wechseln immer mal die Zeiteinheiten oder die arbeiten generell in solchen Märkten wie den DAX oder auch den Währungen mit dem 4-Stunden-Chart. Wir sehen es halt hier auch schön, diese Seitwärts-Range, die oben da ist und unten da ist, wo der Markt einfach hier jetzt schon wieder leicht angefangen hat, nach oben zu trenden. Das ist etwas, das können wir sehr, sehr schön an dieser Stelle auch sehen. Und damit zurück zum Stundenchart. Hier zoome ich das Ganze wieder etwas näher zusammen. Und hier sehen wir halt gewisse Anlauflevel. Also Anlauflevel, wenn wir mal die Stundenchart hier unten drunter nehmen, laufen wir hier unten drunter. Ist erst einmal dieser Aufwärtstrend, den wir in der Stunde sehen, gebrochen. Das ist ganz klar. Das heißt, wir haben dann einen Abwärtstrend, der nach unten läuft. Und wie schon gesagt, die Anlaufmarker, da bieten sich halt immer wieder die Level an, die wir hier an den leichten Korrekturphasen haben, weil viel ist hier nicht gekommen. Es sind wirklich nur ganz, ganz leichte Punkte. Und da können wir mal sehen, also hier in diesem Bereich haben wir einen ungefähr, was haben wir hier, knapp 12.170 Zähler. Hier unten haben wir noch was in diesem Bereich um die Marke von 12.080, 12.085 in diesem Dreherum. Also im kurzfristigen Bereich, wir haben ein paar Anlaufpunkte da und damit können wir schon sagen, die Unterseite ist interessant. Momentan wird es noch nicht gespielt, aber sobald es kommt, ist es natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Und wenn wir hier in der Range auch sind, können wir durchaus auch im Stundenchart uns das Ganze mal anschauen. Das wird jetzt allerdings sehr, sehr kleinteilig. Nur ich möchte die Handelsvorbereiter auch gerne mal in diese Richtung machen, weil ich auch diese Anlauf oder diese Fragen schon mit habe. Was wir hier sehen, ist momentan, auch wenn wir mal die Stunde nehmen, wir sehen, die Stunde ist hier ja schön nach oben gelaufen. Bewegung, Korrektur hier unten, dieses Level hat gehalten. Hier sind wir schön reingelaufen, hier Korrektur des Ganzen gehabt, hier nochmal oben dran. Jetzt sind wir unten drunter gelaufen und das Abreißszenario von oben wird in diesem Maße so ausschauen, dass wir hier nach unten laufen. Wir haben jetzt sozusagen dieses Trendtief hier rausgenommen. Ich zeichne das mal ganz kurz in roter Farbe ein, dass wir sehen können. So, dann haben wir jetzt hier, was wir sehen, die Gegenbewegung. Und wir haben ja am Freitag eine Umkehrkerze bekommen. Und die Bestätigung dieser Umkehrkerze, die schaut halt so aus, dass die Kurse drunter laufen. Und wenn die drunter laufen, das ist immer so leicht gesagt, ja, aber wir sehen es ja hier auch im Chart, was dann passiert. Dann haben wir auf Stunde einen Abwärtstrend. Und das schauen wir uns jetzt mal im Kleinen an. Wir gehen mal kurz in die 5 Minuten rein. Und das schauen wir uns jetzt mal an, hier, wie schön wir das Ganze nutzen können aus den 5 Minuten raus. Weil wir sehen hier natürlich auch schön den Trendverlauf nach oben, wie der Markt nach oben gegangen ist. Und wenn wir hier tatsächlich unten drunter durchlaufen, hier, wir sehen ja schon, der Abwärtstrend in den 5 Minuten ist ja auch schon wieder intakt. Hier haben wir auch einen Abwärtstrend gehabt nach unten, hier hat es nach oben getrendet. Also da haben wir auch schön den Wechsel von Bewegung und Korrektur, also Abwärtsbewegung und die Korrektur nach oben hin. Und jetzt laufen wir schon wieder in Richtung dieser ersten initialen Bewegung unten drunter. Und wenn wir dann hier unter dieses Level unten drunter laufen, also diese Marke hier sozusagen wegnehmen, dann haben wir die Bestätigung für die Umkehr am Freitag. Und dann können wir uns schön auf der Unterseite auch orientieren. Und dann können wir doch gute Anlauflevel finden. Und zwar, das sind dann wirklich die Marke, die wir haben. Hier, da ist er hochgelaufen, hier ging er runter. Also einmal hier ein Anlaufpunkt, na, das ist verrutscht. Kleinen Augenblick. Also hier haben wir ein Anlauflevel. Dann haben wir hier unten das nächste Anlauflevel. Also hier in diesem Bereich, so in der Marke 12,360 bis hier unten 12,350 hier in diesem Bereich. Und dann sind wir schon an der Unterseite der Range angekommen. Also auch im Kleinteiligen macht es durchaus Sinn, sich das Ganze mal auch anzuschauen. Hier oben haben wir ja schon gesehen, da ist der Abprall ins Laufen gekommen. Und das ist jetzt natürlich durch. Das können wir hier nicht mehr traden. Aus diesem Grund können wir uns schon so aufstellen, wie wir es hier gesehen haben. Das ist also der Blick zum Montagmorgen in den DAX. Jetzt schaue ich nochmal kurz rein, ob wir Fragen haben. Im GoTo haben wir keine Fragen. Hier auf Facebook sehe ich momentan auch nichts, aber viele guten Morgen, Grüße, danke dafür. Das heißt an dieser Stelle einen herzlichen Dank für die Zeit am Montagmorgen. Wir gehen morgen wieder um 8.30 Uhr live in die Analysen rein mit ein paar Handelsideen. Bis dahin wünsche ich jedem gute Trades, einen entspannten Montag und bis morgen. Danke für die Zeit. Tschüss. Tschüss.